Wie berechnet man, ob sich eine 3A-Säule hier in der Schweiz überhaupt steuertechnisch sich lohnt oder ob man lieber auf eine 3A-Säule verzichten kann? Das schauen wir uns heute im Detail an mit verschiedenen Praxisbeispielen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Thomas aka Sparko Jojo. Heute soll es um die Altersvorsorge gehen und wir werden konkret anhand meines Beispiels, aber auch anderen Beispielen berechnen, ob sich für euch diese 3A-Säule überhaupt lohnt. Und an dieser Stelle sei einfach mal gesagt, wenn euch solche Finanzvideos gefallen, denn das ist auch wiederum von euch ein Feedback gewesen. Wie finde ich überhaupt heraus, ob sich die 3A-Säule lohnt? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr für kommende Videos sehen möchtet, denn ich möchte möglichst praxisnah euch dieses Finanzwissen beibringen. Und wir springen dafür sofort los in den Webbrowser und dafür verwende ich gerade aktuell den Säule 3A-Steuerrechner von Compares. Unten in der Videobeschreibung ist der verlinkt. Könnt ihr gerne hinklicken. Ich möchte hier als Disclaimer noch gerne sagen, ich bin jetzt hier nicht von Compares gesponsert oder ähnliches. Ich habe einfach diesen Rechner benutzt und möchte ihn euch zeigen, dass es relativ easy und simple ist herauszufinden, ob sich eine 3A-Säule für euch lohnt. Ihr müsst hier tatsächlich einfach eure Daten eingeben und zwar zum Beispiel den Wohnort. Ich zum Beispiel wohne hier jetzt in Zolikon und kann das hier direkt eingeben. Das sollte auch direkt vorgeschlagen werden, sonst ist etwas falsch. Dann muss man das Nettoeinkommen eingeben. Das ist nicht euer Bruttogehalt, sondern das Nettoeinkommen, also das, was ihr ausbezahlt bekommt. Ich gebe jetzt hier einfach mal 100.000 Schweizer Franken ein. Das ist natürlich pro Jahr gerechnet. Dann gebe ich hier mein Nettovermögen ein. Ich gebe jetzt hier einfach mal 2 Millionen ein. Das sollte jetzt hier in meinem Case nicht großartig einen Unterschied machen, weil die 3A-Säule hauptsächlich eigentlich auf das steuerbare Einkommen zählt. Aber das können wir nachher nochmal etwas genauer anschauen. Der Zivilstand, ob man verheiratet, war Wirtwirt, geschieden, ledig ist. Ich bin aktuell gerade noch ledig. Später wird sich das ändern. Ich habe jetzt keine Konfessionen, also sprich auch keine Kirchensteuer und so weiter, noch keine Kinder und ich zahle natürlich den Maximalbetrag ein. Jetzt kann ich hier ganz easy auf Steuerersparnis berechnen, drücken und sehe, dass ich tatsächlich 1.606 Franken an Steuern sparen würde bei diesem Nettoeinkommen von 100.000 Schweizer Franken. Ich kann jetzt hier meine Eingaben ändern und zum Beispiel auch das Nettovermögen rausnehmen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch das Einkommen von 100.000, kann jetzt hier nochmal die Steuerersparnis berechnen und ihr seht, es macht keinen Unterschied, denn die Säule 3A geht nur aufs steuerbare Einkommen. Also ihr könnt 100 Millionen Franken haben und kein einziges Einkommen und merken, ja, es lohnt sich eigentlich gar nicht. Das möchte ich hier euch im nächsten Beispiel zeigen. Nehmen wir einfach an, ich habe jetzt diese 2 Millionen und lediglich ein Einkommen von zum Beispiel 5.000 Schweizer Franken pro Jahr. Jetzt einfach als Beispiel, alles andere bleibt gleich und ich mache die volle Einzahlung und ich habe tatsächlich gar keine, ja, Steuerersparnis am Ende des Tages. Das heißt, bei dem Einkommen von 5.000 Franken würde sich das tatsächlich gar nicht großartig lohnen und das merkt man dann tatsächlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Zahlen herumdoktert oder herumspielt bei 50.000 zum Beispiel, merkt man dann, okay, die Steuerersparnis ist dann bei 908 Franken und hier könnt ihr jetzt herausfinden, ob sich das für euch lohnt und ab wann es sich für euch lohnen sollte. Daumen mal Pi muss ich ehrlicherweise zugestehen, sage ich immer, ich würde gerne, damit es sich wirklich, wirklich, wirklich lohnt, mindestens 500 Franken an Steuern sparen, wenn nicht sogar lieber 1.000 oder mehr, damit ich sagen kann, hey, das lohnt sich und wichtig dabei, diese Steuerersparnis, damit es sich wirklich lohnt, darf auch nicht verkonsumiert werden, sondern sie sollte entsprechend konkret dann auch investiert werden in euer eigenes Portfolio und auch diese 3A-Säule selbst sollte im Idealfall ebenfalls investiert werden und nicht nur als Cash-Konto, als 3A-Säulen-Konto irgendwo versauern, weil dann finde ich persönlich, dass sich dann die 3A-Säule fast gar nicht lohnt. Also das heißt, ihr müsst es zu einem gewissen Grad, meiner Meinung nach zumindest, dass sich die 3A-Säule insgesamt lohnt. Man muss eine Steuerersparnis haben, denn in eine 3A-Säule einzuzahlen ohne eine Steuerersparnis ist meiner Meinung nach Humbug. Das lohnt sich gar nicht. Das heißt, all diese Faktoren müssen übereinstimmen. Ich für meinen Teil habe so die Vorgaben, für mich persönlich, mindestens 500 Franken pro Jahr an Steuerersparnis, muss dabei sein, um eine 3A-Säule zu machen. Ich muss mindestens für meine Situation 60%, wenn nicht sogar mehr, meines Geldes in der 3A-Säule investiert haben an der Börse. Und als dritter Punkt, ich muss die Steuerersparnis, die ich jährlich habe, dann auch in mein eigenes Aktiendepot, in mein normales Fiskodepot investieren können, damit sich das lohnt. All diese 3 Punkte müssen übereinstimmen, dass ich mich dazu entscheide, eine 3A-Säule zu haben oder auch eben entsprechend, einen entsprechenden Betrag zu investieren. Natürlich kann ich auch weniger rein investieren in die 3A-Säule, zum Beispiel 4.000 Franken, bei diesem Beispiel von 50.000. Wir nehmen jetzt einfach mal das nette Vermögen raus und dann sehen wir, okay, auch hier sparen wir immer noch 548 Franken an Steuern. Wir können natürlich aber auch ein anderes Beispiel machen und wir nehmen jetzt zum Beispiel Lausanne. Vielleicht wohnt ja irgendjemand aus der Community und nehmen die Steuerersparnis ebenfalls mit den 4.000 und dann sehen wir, wow, in Lausanne würden wir bereits schon 1.317 Franken Steuern sparen, weil wir dort so viele Steuern haben. Ja, das ist eben der große Punkt. Ich lebe in Solikon. Solikon hat relativ kostengünstige Steuern und Lausanne eben nicht. Und das sind die großen, aber feinen Unterschiede. Wir können natürlich auch Wintertour nehmen. Ja, es gibt viele Leute, ich weiß, viele Leute von euch wohnen in Wintertour bei derselben, bei denselben Zahlen und hier sieht man sehr ambitioniert zahlt gesamthaft in die 3A-Säulein und auch hier in Wintertour würde man bereits schon bei diesem Beispiel 1.107 Franken an Steuern sparen und das ist eben der große Punkt. Ihr merkt also, die Steuersparnis kann durchaus signifikant sein, aber ihr müsst diese drei Punkte, die ich vorhin eben erwähnt habe, beachten. Und jetzt für alle, die sich jetzt mit dem Gedanken herumspielen, eine 3A-Säule zu eröffnen, ich persönlich habe meine 3A-Säule bei Frankly und Viag und aktuell gibt es bei Frankly eine Sommeraktion, wo ihr 50 Franken Rabatt auf die All-In-Fee bekommt. Das heißt, ihr spart da an Gebühren, was auch wiederum mehr Rendite für euch am Ende des Tages bedeutet, weil ihr die Gebühren einspart, 50 Franken. Diese Sommeraktion hält bis zum 31. August. Ihr bekommt in der ersten Tranche sofort 35 Franken an Gebühren gespart als Neukunde, wenn ihr den Gutscheincode Sparkoyote verwendet. Einfach den Gutscheincode eingeben und Gutscheincode aktivieren und dann im September bekommt ihr nochmal 15 Franken Rabatt gutgeschrieben für eure Gebühren. Ich persönlich, wie ihr hier schon im Screenshot seht, investiere in den Extreme 95 Index. Das bedeutet, ich investiere den Großteil, also 95% dieses Geldes dann an der Börse und das ist eben das, was ich gesagt habe. Ich möchte die 3A-Säule möglichst investieren, um langfristig natürlich von der Börsenrendite zu profitieren. Denn ohne das, finde ich persönlich, lohnt es sich nicht. Ihr könnt gerne diesen Gutscheincode verwenden. Ihr supportet damit natürlich, um transparent zu sein, diesen Kanal, wenn ihr diesen Gutscheincode verwendet. Ihr müsst das nicht tun, aber ihr könnt das gerne tun, wenn ihr mich supporten wollt. Und ansonsten wisst ihr jetzt bestens Bescheid, wie ihr herausfinden könnt, mit anhand eurer konkreten Daten, ob sich eine 3A-Säule lohnt. Nochmal zusammengefasst, ihr müsst unbedingt, meiner Meinung nach, mindestens 500 Franken an Steuern sparen, damit sich das lohnt. Dann als zweiter Punkt müsst ihr meiner Meinung nach mindestens 60% oder mehr investieren in eurer 3A-Säule, damit sich das lohnt. Und als letzter Punkt, das gesparte Geld, also diese Steuerersparnis, muss in euer eigenes Depot, oder in ein anderes Investment, reinfließen, damit sich das Ganze lohnt. Und wenn ihr all diese 3 Punkte beachtet, meiner Meinung nach zumindest, steht euch nichts mehr im Wege, um Vermögen langfristig aufzubauen, und eure Altersvorsorge zu sichern, und natürlich vielleicht dann auch, früher finanziell frei zu werden, als die meisten es werden können. Damit herzlichen Dank fürs Dabeisein, wenn euch solche Videos mehr interessieren, oder ihr mehr zur 3A-Säule wissen wollt, weil ihr da noch nicht so Bescheid weiß, oder noch nicht so sattelfest seid, checkt gerne dieses Video ab, da erkläre ich alles von A bis Z, und zeige euch, wie die 3A-Säule funktioniert, und wieso ihr das unbedingt machen solltet, um langfristig eure Altersvorsorge zu sichern. Also hier dieses Video abchecken.